haben wir das letzte mal gesagt dass wir jetzt eigentlich genug hühner haben im hühnerspawner also es kommt noch genügend eier raus ne ja so eine durchgängige produktion haben wir also das ist schon was da eigentlich nur warten und es kommen alle paar sekunden kommt ein ei ja da drin ist auch gut betrieb wir müssten dann die grundfläche vergrößern sonst backen die sich tot die hühner ja also vielen dürften sich sein sonst backen nicht nur die hühner sondern dann leckt auch der server würde ich mal sagen ja die hühner sind entspannt die kühe sind eigentlich schlimm für diesen diesen ganz schlimm da hatte ich selbst immer so viele das ist jedes mal wenn ich ein schritt gemacht habe wenigstens lenken bekommen und dann bin ich da rein und wollte eigentlich bloß irgendwie bei nacht ein bisschen die kühe füttern und dann sind da creeper ohne ende die luft gegangen ja ihr müsst eigentlich bloß mal in die nähe von den kühen gehen und müsst ihr bescheid hier ist was für euch ja super da oder so genau fuß guter das ist doch von kuren ne ja von kuren ist das ah kenne ich super dämliche skelette schießt da seinen zoppifreund ab jetzt gebe ich es dir erstmal auf so ein blödsinn ich brauche wieder eine spitzhacke ja dann müsste ich zurückkommen ich habe da auch was im ofen gehabt meine ich aber das ist glaube ich alles weg aber komm gleich zurück was ist dann drei stück oben in der truhe beim aber bis da hoch ist ein bisschen weiter ja wo seid ihr reingegangen so pass auf ich gehe jetzt erstmal zurück so sieht es um hier melonen anzuplatten und dann komme ich einfach zurück runter dann haben wir hier bis auf den auch das bisschen soul send was jetzt noch fehlt haben wir eine nette produktion für alles nette produktion von allem ja ja also alles was du und was du geht ich hab noch warte ich glaube anderthalb stecks dschungel jetzt dabei ja so gehen wir wo ist unser häumchen also wenn dir die art und weise des holzes egal ist ich brauch stecks ach so ja ne ich hab genug so ich pack mal was hast du da oben du brennst noch was ich pack da mal ein bisschen was drauf so was haben wir denn noch hier ist noch nichts drinnen da ist das fertige kohle kohle ich habe noch exakt einen stick und zwölf holz habe ich jetzt mit da reingetan kannst du dir nehmen so und der rest wird dann hier aufgefüllt der müll ja bring auf jeden fall ein paar mürchen mit also wir haben hier noch drei brote sind in der kiste sehe ich gerade 24 brote habe ich auf tasche mein gott jetzt sage ich auch auf tasche bin ich doof habe ich in meinem brustbeutel wer sagt das noch mister g-punkt sollte man den kennen ja gronk natürlich er sagt immer habe ich auf tasche habe ich auf tasche bei g-punkt dachte ich jetzt an was anderes war ja klar mensch kann man doch einen unaufwindbar so ich tue mal in die mittlere kiste hier tue ich zwei kisten rein die habe ich nämlich mitgenommen so was haben wir noch ich habe noch einen bogen ich habe so viele bürgen hier tue ich auch mal da rein so und setel setel tue ich da rein ja da kann man ja richtig schön so dann heißt es jetzt holz hacken glaube ich ich müsste dann mal hier unten irgendwo holz ich glaube hier ich lasse mich jetzt einfach hier fallen neue gegend gift spinne direkt vor mir super und ein spawner ich bin direkt vorm spawner erschienen hier knaller tut mir leid spawner ich muss dich zerstören das klingt dann immer so schön musik in den ohren ne ohja musik in meinen ohren außerdem sowieso musik in meinen ohren hast du eigentlich den server runtergestellt vom schwierigkeitsgrad her nein habe ich eigentlich nicht wieso ja weil er wollte es nur machen wegen wegen der williger weil die dörfer sonst alle im arsch gehen ja oder wir müssen halt ein paar golems aufstellen die die beschützen weißt du äh ja erst das oder einfach die dörfer genug ausleuchten allerdings habe ich glaube ich nicht genug kohle da ja auch nichts wenn der zombie invasion startet das ausleuchten doch nicht wirklich egal also ich leuchte jetzt sowieso aus ich habe hier schon wieder eine kiste gefunden aber die packe ich erst an wenn ich hier ausgeleuchtet habe aber das mit den zombie invasion events das passiert so selten haben wir ich bin mitten in der schiesen mine ich habe wieder so einen dämlichen back hier die spinne die kriege ich nicht durch das holz durch durch so eine kleine lücke kennt ihr den back äh was wie jetzt ich hau voll auf die spinne drauf aber nichts trifft weil die irgendwie versucht daran hoch zu krabbeln du siehst die spinne eine volle lotte aber du kannst nichts machen jetzt jetzt kann ich sie erst mit dem holz weg ist so so den creeper muss ich gerade auch noch vernichten die gehen auf dem server echt viel schneller hoch als beim normalspiel unglaublich ne ich glaube da hast du bloß die ähm äh diesen timer der das feststellt äh wie die creeper jetzt mit deiner entfernung in beziehung stehen also ob sie jetzt tatsächlich hoch gehen der ist ähm laggy also die gehen nicht schneller hoch sondern der server der realisiert einfach nur später dass dass du out of range bist deswegen gehen die noch ziemlich weit hoch ach das ist echt doof weiße boah mir gehen gleich schon wieder die fackeln aus das gibt's doch nicht ich habe übrigens auch schon eine schluchtform gefunden wo ihr alle weg wart wo keiner sich hier gemeldet hat oh eisen vielleicht wollt ihr einfach noch nicht mit ihr reden ihr wolltet nicht mit mir reden ah das merke ich mir so jetzt habe ich es euch gegeben ich sammle auch schon mal ein paar schäden auf wow wow sammle ein bisschen schenken was schenken? ne schenken sammle ein bisschen schenken mit schenken kannst du winken ok 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 ja war doch der geilste beat ever oder ja ich kenne das gar nicht muss passen was ich gerade erwunden habe eben ja weil ich gerade sagen hat es sich die Kamera glaube ich eben gerade ausgedacht haha natürlich so ich muss mal die Musik hier anpassen ist ja ach so die ist sowieso gleich zu Ende ich dachte schon was läuft denn da scheußliches ich spiele live Klavier ey das ist ja bäh ohne irgendwas dazwischen ist auch schon vorgekommen und solche Musik ist bei mir in der Playlist drin die Zuhörer hastensgebiss aber da muss man ja durch ist ja mein LP oder besser gesagt unser LP T so rein technisch gesehen müssten wir jedes mal abstimmen was wir jetzt für Musik machen ja so rein technisch schon ne boah ich hab ja einen Masterplan wenn du das so willst und der Masterplan entpuppt sich immer nachdem wir eine Folge abgedreht haben dann weiß ich genau was wir in der Folge machen wollten ach so das weißt du dann nachdem wir das gemacht haben ja ok na gut hier heute weißt du ja ganz genau Masterplan war mein Game ne weil wir brauchten dringendst Materialien dringendst dringendst so und die holen wir ja dringend in Steigerung ne dringend dringendst am dringendsten tön tön krüntöntön Wir brauchen eigentlich auch keinen Spawner dazulassen oder so für für Dings. Wie nennt sich das nochmal? XP-Farming oder so. Mob-Farming. Obwohl, für doch Skelette könnte man machen, wa? Beide? Warte mal, ich muss mal gerade ein paar Stickies machen. Jetzt habe ich Holz abgefarmt. So, neue Fackeln. Neue Spawner, neue Fackeln, tiefe Gänge. Immer tiefer. Ich bin jetzt schon bei Schlucht 20. Huch! Zombie hat mich überrascht.